Ja, wir besitzen polski Smaki. Ich habe Suppe, erstens Suppe gegessen und es gibt Pierogi, Pippelmeni russische und viele Sachen hier es gibt. Und Suppe kannst du selbst abnehmen. Mein Mann hat gegessen in McDonalds. Und hier Bahnhof und Busbahnhof, alles zusammen. Von Busbahnhof, wir haben gefahren nach Sekar Patti, Sekar Patti, ja und es gibt hier bei Bahnhof, großes Einkaufszentrum. In diesem Hund von 60 Quadratmetern, 1000 Quadratmetern eingesittelt, 250 Geschäfte, 250 Geschäfte. Und sehr praktisch. So, in diesem Krakav Stadt wohnen 650.000 Bewohner. Von diesen 650.000 Bewohnern, 210.000 Studenten. Dieser ein, jeder dritte Student. Und 60 Prozent von Bewohnern, jünger Leute bis 45 Jahre alt. Und Galerie Krakau. Krakowska, diese 250 Geschäfte in diesem. Und viele Cafés, Restaurants, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.